BOMS-Info von der D-MIC-Solo, India X-ray, guten Abend. D-MIC-Solo. Die India X-ray vor der Halle Scheuermann, eine Person nach Herre-Teich, EDEH, bitte Rollinformation. D-MIC-Solo. Rolle zum Haltepunkt, Piste 24, D-MIC-Solo. Piste 24, D-MIC-Solo. So, wir haben den Rollen angehen, den Rollverfahren zu gehen. Hier rollen auf und gehen mit Volkers, schauen, dass die VfL steht, die Fahrtrunde. Sollte der Montag ausfahren werden, wir haben den Rollen. Wir bremsen hier und verlassen natürlich die Piste. Haben die abgehoben, sehen die Piste noch, sinken, landen, nicht wirklich verlassen. Sehen wir die Piste nicht mehr, haben wir sicher Anteil noch nicht erreicht, vielleicht werden wir in Nordland oder Straßenbahn 30 Grad erreichen. Wenn wir sicher Anteil erreicht haben, können wir hier dann binden. So, Gasshaltung kommt. Parkgrenze setzt, Gashebeln zwischen 2400. Heute geht es mit Blählcote. Reaktion, den Rennhof im Internet, jetzt hier zu berücksichtigen. Beziehungsformat der Radung von Kansel, Trendklasse. Das wird komplett vorbeifeln. Und da kann die Rennhof der Bade Krasse nicht passen, oder sie flachen, die Radung der Bahn zum Fahrzeug nicht passen. Also hier wird der Durchhalt gewandt. Aufstehung an, Landstandwerker 1, A, Klappe ist durch, Strauch ist an, Landeklappe ist 7.2. Zinne-Projekt ist weiter an, dann landet die Stimmung, die Stimmung ist passend klar, Jetzt ist die Befenskontext. Befenskontext ist die Kornhänge gleich 1002 gleich 5.0. Die DELT-NDX-Ray in Abflugbereit halte Punkt 2 hier. Die DELT-NDX-Ray in Abflugbereit halte Punkt 2.0. Wir wollen gleich auf den Starten. Noch eine Frage, wie lange ist der Platz heute beöffnet? 23 kmh. Okay, wir wollen auf den Starten in der DELT-NDX-Ray. DELT-NDX-Ray in Abflugbereit halte Punkt 2.0. Wir wollen auf den Starten in Abflugbereit halte Punkt 2.0. D Genezovort D Genezovort D Genezovort D GeneMAN Das war's. Bis zum nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR